Herzlich Willkommen zu ByteFM. Wir sind die Band Scherben und haben nur für dich ein tolles musikalisches Paket zum entspannen und relaxen heute dabei. Also schließ die Augen, atme tief ein und dös zu den Klängen der bisher nicht veröffentlichten Nieder, Innenstadtfront und Gott sei Dank Krieg, live aufgenommen auf dem Bierschinkenfest 2019. Und nun viel Freude bei unserer Antikörper Session. Bis bald, eure Scherben.